Wäre das zweite Autonomiestatut nicht in Kraft getreten, so hätte es die hervorragende Entwicklung dieses mehrsprachigen Landes nicht gegeben. Seit dem 20. Januar 1972 kann der Landtag weit umfassendere Befugnisse wahrnehmen, als ihm ursprünglich zugestanden wurden, und mit eigenen Gesetzen auf die Bedürfnisse vor Ort reagieren, auch auf jene, die erst danach im Laufe der Jahre entstanden sind. Mit diesen Worten hat Landtagspräsidentin Rita Matej die Sondersitzung des Südtiroler Landtags zum 50. Jahrestag des zweiten Autonomiestatuts eine Art Verfassung des Landes Südtirol eröffnet. Ein Statut, so Landeshauptmann Arno Kompatscha, das den Schutz von Sprache und Kultur der Minderheiten ermöglicht hat, ohne dass es zur Assimilation gekommen ist, wohl aber zum Wohlstand. Das zweite verstärkte Autonomiestatut, so Landtagsvizepräsident Josef Nugler, hat es der Minderheit ermöglicht, sich im eigenen Land sicher zu fühlen, kommt aber allen zugute. Das zweite Autonomiestatut war auch eine der wichtigsten Rahmenbedingungen für den Aufschwung, der uns von einer der ärmsten Regionen Italiens zu einer der reichsten Europas gemacht hat. Landtagsvizepräsident Manfred Wallazza wies hingegen darauf hin, dass die Ladiner erst im zweiten Autonomiestatut ihre Anerkennung als Minderheit erfuhren. Entstehung und Folgen des zweiten Autonomiestatutes wurden von Prof. Eva van Zelter und Herrn Prof. Andrea di Michele erläutert. Erstere legte dar, dass das Statut in Kraft trat, als die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Weichen bereits gestellt waren. Es war also eher ein Befähiger für das rasante Wachstum als eine wirkliche Zäsur. Die Michele erinnerte hingegen daran, dass zur gleichen Zeit als in Südtirol das Statut in Kraft trat, es 1972 in Nordirland zum Blutsonntag mit 14 Toten kam. Der friedliche Ausgang der Südtirol-Frage war also keine Selbstverständlichkeit. Anlässlich des Festaktes wurden auch zwei Schulklassen ausgezeichnet. Sieger des vom Südtiroler Landtag zur Vermittlung der Vorteile der Autonomie an die Jugend ausgeschriebenen Video-Wettbewerbs zum Thema Autonomie bedeutet für uns. Die Jury, zusammengesetzt aus Vertretern der Schulämter der Uni-BZ und der Eurag, hat das Video der Klasse 4b der Landesberufsschule Johannes Gutenberg zum Sieger gekürt. Der Kurzfilm der 5b der Wirtschaftsoberschule Heinrich Kunter war hingegen der Favorit der Besucherinnen und Besucher des Jugendportals des Landtags www.nova-bz.org, auf dem alle Arbeiten zu sehen sind. Als Preis gibt es eine Klassenreise nach Venedig. Großen Anklang fand auch die musikalische Umrahmung des Festaktes durch die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Archimede unter der Leitung von Maria Silvia Tasselli und Ivan Marini. Sie waren im Livestream zugeschaltet.